Scheiß auf die Unendlichkeit! Und liebe Leute, hier in Badem-Reich, jetzt ist es soweit! Ein außergewöhnlicher Mann möchte gerne das Wort an euch richten! Es ist Kalander als Eike Otten! Soll ich euch ein Geheimnis machen? Das wollte ich euch schon immer mal sagen. Das ist jetzt ein bisschen epischer Moment für mich. Weil am rein! Ich hasse diesen Hut! Seid ihr schon müde oder habt ihr noch Laune? Habt ihr noch Energie? Fire up rein! Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass ich heute grün trage und nicht nieder.